Das Jahr 2020 war auch sehr speziell für das Schweizer Paraplegikerzentrum. Hans-Peter Gemünder, wie würden Sie es persönlich zusammenfassen? Trotz schwieriger äusserer Umstände, ich glaube, die sind uns allen ja bestens bekannt, da möchte ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber trotz dieser Situation konnten wir eigentlich ganz viele unserer Ziele erfolgreich umsetzen, seien das nun kleinere Themen gewesen, wie beispielsweise die Installation eines neuen Lokomaten, das ist so eine robotergestützte Gehmaschine oder auch grosse Ziele, dass wir unser Bauprojekt zeitgerecht umsetzen konnten, abschliessen konnten. Da waren wir natürlich sehr glücklich darüber. Was ist denn so ein bisschen Ihr persönliches Highlight von dem letzten Jahr? Highlight hier, ja, jeder Tag ist eigentlich ein Highlight. Man muss glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Aber ein Highlight, das stach wirklich hervor und das macht mich selber auch sehr glücklich und zwar betrifft das die Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten, die so hoch, so gut war, wie nie zuvor, seit wir solche Messungen durchführen. Beispielsweise haben hier fast 95 Prozent geantwortet, sie würden unsere Klinik weiterempfehlen. Das ist ja eine Schlüsselfrage bei solchen Messungen, ein extrem hoher Wert. Der macht uns stolz zum einen, aber ein bisschen Demut. Wir wollen vor allem das als Motivation nehmen, so weiterzumachen. Motivation für die Zukunft, was sind da so die Pläne oder Ziele, die das SPZ in Zukunft verfolgt? Ja, Ziel Nummer eins, das ist und bleibt die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten. Deswegen sind wir da, dafür sind wir da. Das muss immer number one bleiben, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir die besten Fachpersonen hier haben. Und das führt uns zum Ziel zwei, das ist die Attraktivität als Arbeitgeber. Das müssen wir noch weiter verbessern, optimieren. Nur so kriegen wir die besten Leute hierher, können sie auch hier halten. Ja, und die Ideen, wie wir das machen, da haben wir die Bücher schon richtig vollgeschrieben und jetzt auch mit konkreten Massnahmen versehen, die wir dann auch systematisch und konsequent umsetzen werden. Sie gehen im 2021 einen neuen Weg und übergehen die Reaktion Ihrem Nachfolger. Was möchten Sie ihm so ein bisschen mit auf den Weg geben? Ja, auf den Weg gebe ich ihm mit, freu dich mal darauf, hier arbeiten zu dürfen. Eben, das ist ein Highlight, jeder Tag ist ein Highlight. Und habe auch Vertrauen in die Gruppe, in das Schweizer Paraplegiker Zentrum. Das sind fantastische Mitarbeitende, die haben ihr Business im Griff. Also mit denen kann man grosse Dinge bewegen und auch grosse Ziele erreichen. Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg schon mal alles, alles Gute. Und danke vielmals für das Gespräch. Gerne geschehen. Meier Untertitelung des ZDF, 2020